Ramos wünscht sich Haaland bei Real. Der Abwehrchef könnte sich den BVB-Stürmer sehr gut bei den Madrilenen vorstellen. Erling Haaland wäre nicht schlecht wegen seines Hungers nach Titeln, seiner Größe und seiner Geschwindigkeit, sagte Sergio Ramos im Video-Interview mit dem Internetstar Ibai Janos. Als er gefragt wurde, ob er lieber Haaland oder Kylian Mbappé haben würde, antwortete der 34-Jährige, mir würde es natürlich gefallen, wenn beide kämen, aber wer momentan einfacher zu haben ist, ist Haaland. Bei Mbappé sind die finanziellen Umstände komplizierter. Seiner Meinung nach wäre es eher möglich, mit dem Norweger eine Einigung zu erzielen. Nagelsmann wohl bei Barca auf der Liste. Der Coach von RB Leipzig wird nicht nur in England gehandelt, sondern nun auch in Spanien. Wie Cadena Ser berichtet, ist Julian Nagelsmann der Wunschkandidat des neuen Barcelona-Präsidenten Joan Laporta. Der favorisiert den 33-Jährigen für sein Zukunftsprojekt, obwohl mit Ronald Koeman schon ein renommierter Trainer an der Seitenlinie steht. Dem Bericht zufolge respektiert Laporta den Niederländer. Er hätte ihn aber nicht geholt, wenn er schon früher ins Amt gekommen wäre. Nagelsmanns Vertrag in Leipzig Ende 2023. An einem möglichen Engagement als Bundestrainer ist er nicht interessiert, da er in den nächsten Jahren als Vereinscoach arbeiten will. Federer sagt nächstes Turnier ab. Der Tennis-Weltstar wird erstmal nur trainieren und keine Wettkämpfe bestreiten. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in Doha gegen Nikolaus Basilashvili erklärte Roger Federer bei Twitter, es war großartig, auf die ATP-Tour zurückzukehren. Ich habe jede Minute geliebt, die ich in Doha gespielt habe. Ich habe beschlossen, dass es das Beste ist, ins Training zurückzukehren und werde daher nächste Woche in Dubai nicht antreten. Der 39-Jährige hatte nach einem Jahr Verletzungspause und zwei Knieoperationen sein Comeback gefeiert. Es war nie realistisch, dieses Turnier zu gewinnen, das wusste ich. Das Wichtigste ist, es war kein Rückschlag. Ich fühle mich gut und bin auf dem richtigen Weg, so der Schweizer weiter. Thiago geschockt von Liverpool-Krise Der Spielmacher der Reds hat zugegeben, dass er die anhaltende Ergebniskrise und den Absturz auf Platz 8 in England nicht für möglich gehalten hätte. Es war eine harte Zeit für uns alle, denn wir haben nicht in unseren schlimmsten Albträumen erwartet, dass wir in dieser Position in der Premier League sein würden, sagte Thiago bei LFC TV. Aber wir versuchen, so gut wie möglich zu spielen und uns zu verbessern. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor zuletzt sechs Heimspiele in Folge. Immerhin erreichte man in der Champions League gegen RB Leipzig das Viertelfinale.